Aachen, Köln. Es ist 11.55 Uhr. Wir fahren die Bauerei 193 Vectron. 633,2 Tonnen, 12 Wagen im Zugverband auf der Strecke Aachen, Köln, Köln, Aachen. Unser Zug ist 309,1 Meter lang und ich würde sagen, wir beginnen. Und zwar werden wir unseren Zug heute aufrüsten müssen. Und zwar, Hauptschichtlauf 1, das, das, das. Das machen wir auf dunkel. Dann gehen wir hier hin. Das ist ganz wichtig. Natürlich müssen wir die PCP-Art auf O stellen. Das ist schon der Fall. Sehr gut. Dann können wir die Art B einstellen. Ach, das wollte ich doch gar nicht. Das wollte ich, genau. ASB. ASB. Stellen wir mal auf. 40. Wir machen die Zugspitzensignale an. Machen das an. Da machen wir, äh, natürlich müssen die abgeblichstätigen. So, jetzt haben wir was. Ähm, da machen wir, oder aktivieren die die PCP, die Siefer. Einstichwort. Ja. Und dann würde ich doch gleich sagen, wir sind fertig, oder? Licht ist an. Ja. Äh, Türen und Regeln wäre vielleicht noch eine Option. Genau. So. Dann können wir uns mal raus und umsehen. Wir sehen, hier ist einigermaßen viel los. Wir sehen aber, haben wir jetzt. Ist man jetzt aktiviert, oder nicht? Ich ziehe die Spitzensignale. Doch eigentlich jetzt nicht mehr nötig wäre, Licht anzumachen, ne? Äh. Genau. Ja, setzen wir uns mal wieder hin. Deswegen würde ich draußen umsehen und sehen, dass hier einigermaßen viel los ist. Also, schon ordentlich. Aber wir können die Türen verriegeln. Ähm. Und, äh, da haben wir auch, würde ich sagen. So, lösen die Bremse. So, jetzt können wir losfahren. Auf geht's. Nächster Halt. Köln Hauptbahnhof. Ich rein. Und, äh, da haben wir noch einigermaßen, 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 Easy Fahrt Wunderbar Das hat soweit geklappt, können wir reinspringen Wir haben nach wie vor 40, das wird sich sicher gleich ändern Wenn wir mal rechts auf die Anzeige schauen Es sei denn, wir bekommen jetzt gleich noch eine PCB Überwachung Danach sieht es aber vorläufig nicht aus Von daher glaube ich, dass das gleich umschwingen wird auf 100 So dass wir dann beschleunigen können Jetzt ist 100 Dann beschleunigen wir hier mal die AFB auf 100 Bestätigen das Ganze Dann sollte das sein Weg gehen Genau Wunderbar Genau so soll es sein Im Übrigen damit ein herzliches Willkommen Zurück zu einer neuen Folge Train Simbird 4 Der Dänisch spielt das Das habe ich glaube ich gerade Ja Den ganzen Tugel noch vergessen Waren wir hier mit unserem Rayjet Von Aachen nach Köln Wirklich um 12 Uhr zur Mittagszeit So da kommt ein RE Dafür steht glaube ich schon mal fest Dürfte nur 120 Äh 146 davor sein Ne 187 Taurus 187 Ist das nur 187 Verlang bin ich jetzt total vertan Korrigiert mich schon mal Korrigiert mich schon mal Das ist auf jeden Fall eine Taurus Das ist auf jeden Fall eine Taurus gewesen Ich glaube da mache ich nichts Falsches Ich glaube da mache ich nichts Falsches Wir gehen gleich auch schon auf 140 Da ist es schon soweit So, das haben wir auch erledigt Und dann haben wir noch 60 Kilometer zu fahren Dieses Szenario stammt wie man vielleicht an der fehlenden Ankunftszeit sehen kann aus dem Creator's Club Ursprünglich ist die Lok auch in Railjet Markierung Repaint Sollte sie sich befinden Allerdings habe ich das Repaint nicht gefunden Beziehungsweise stand bei dem Szenario bestanden Nicht dabei Von wem das Repaint für die Lok stammt Von daher habe ich sie nicht gefunden Und deswegen ist die Lok halt In ihrem Ursprungs Aussehen vorhanden In diesem Szenario So wie man sie halt mitgeliefert bekommt Wenn man zum Beispiel das Deluxe Edition Oder die Special Edition Kauft Like in der Railpool Lackierung Aber ich denke, das tut dem Szenario kein Abbruch Oh wir haben rot Um Gottes Willen Oh im Himmels Willen Wir haben rot Was ist denn jetzt los? Eieieieieieieieieiei Was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los? esperte ALFUSD Super Einflussung. Wovon ist jetzt die Rede hier? Wir haben Rot, auf der Stellwerk abgelehnt, ok. Dann warten wir einfach mal, warum wir Rot haben. Ich sehe hier schon was, ich sehe noch nichts. Zug Beeinflussung. Mit Sicherheit jetzt gleich ein 500 Hz Magnet. Zug Beeinflussung. Mit Sicherheit. Zug Beeinflussung. Moment, viel zu schnell, viel zu schnell. Doch, dann warten wir einfach mal. Schauen wir uns die Karte an, vielleicht können wir da sehen, warum, weshalb, wieso. Ach. Aha. Das ist also der Grund. Ich hoffe, das ist kein Bug. Dann ist das Zenario nämlich an dieser Stelle schon wieder vorbei. Das wäre jetzt schade. Das wäre jetzt schade. Das wäre jetzt blöd. Wenn das wieder ein Bug ist, dass der Zug da vorne nicht losfährt. Schauen wir mal, ob der überhaupt irgendwie da Anzeichen macht, loszufahren. Nicht, dass das jetzt wieder ein Bug ist, der uns hier unnötig das Szenario kaputt macht. Scheint irgendwie ein RE zu sein, der dort steht. Mal schauen, ob der irgendwie anstatt macht, loszufahren. Ob der irgendwie einen Fahrplan hat oder ob der da wieder nur doof rumsteht. Weil das würde jetzt scheiße sein, wenn der da irgendwie jetzt... Ah, er fährt los. Er fährt los. Das ist doch schon mal wenigstens erstrebenswert. Das heißt, unser Szenario wird wohl gleich weitergehen. Wenn der gleich bei uns vorbei ist, wenn er unseren Fahrweg verlässt. Wir können das hier mal so ein bisschen nachverfolgen. So, dann fährt er los. Wäre jetzt nur blöd, wenn der... Der macht doch jetzt keinen Scheiß, oder? Wir müssen ja normalerweise... Ich will ja nichts sagen, aber... Ah, ich wollte gerade sagen. Das wäre jetzt alles klar. Gut, dann geht es für uns gleich weiter. Da haben wir es nämlich schon mit unserem Fahrweg verlassen. Wir dürfen fahren. Malzeitkollege. Gute Fahrt weiterhin. So, wir dürfen... Wir sollten nach wie vor unter 24 bleiben. Bis gar jetzt mit B40 drücken. Wir müssen den 500-Magnet deaktivieren, sozusagen. Wir müssen den 500-Magnet deaktivieren. Zum Beispiel für den 500-Magnet deaktivieren. Wir müssen den 50-Magnet deaktivieren. Und dann haben wir durch den 500-Magnet deaktivieren. so was ist natürlich auch schön wenn man zwischendurch so was kommt das gibt den ganzen noch ein bisschen mehr wütze finde ich als diese stumpfe von und her fahren ja wie lange es kein bug ist nehme ich so was gerne mit dass man eben kurz andere züge vorbeilässt 140 muss man ein bisschen runter gehen mit der 120 sag ich vielleicht sogar 110 da können wir eigentlich den ganzen schritt machen so dann sitzt es noch 54 km bis köln hauptbahnhof normalerweise hätte der zugbegleiter am roten signal zu den fahrgästen sprechen sollen müssen und zwar dass der zug gerade an einem haltezeiten signal zum stehen gekommen ist die fahrt in wenigen minuten fortgesetzt wird so oder so ähnlich wird es auf jeden fall in den fernzügen gemacht oder auch im rx wird das auch schon aufgefallen im rx wird das durch eine community beziehungsweise durch eine frauenstimme abgespielt und im fernzug macht das der zugbegleiter wunderschön wie sich der letzte wagen da um die kurve zieht immer wieder ein wunderbarer anblick nach wie vor 110 so da geht es in die etwas steilere kurve die fahrt wird natürlich ah da kommt jetzt gleich die geschwindigkeit auf die ich gewartet habe wahrscheinlich sogar mit lzb so da kommt der erste fernzug der hier anhält anscheinend ja auch neu dürfte düren sein wenn ich es nicht ganz vertue oder aachenrote erde könnte auch aachenrote erde sein aber seit wann halten da fernzüge naja ist halt so so 160 jetzt so ob wir auf dieser strecke lzb haben weiß ich gar nicht genau normalerweise ist das doch eine schnellfahrstrecke so dass hier auch von lzb verbaut sein müsste ich weiß jetzt aber nicht ob das in diesem szenario hier bedacht wurde bin ich leider überfragt oder ob das mit diesem zug wirklich nur auf der strecke schnellfahrstrecke kassel-würzburg vorhanden ist oder möglich ist weil auf der strecke kassel-würzburg ist das definitiv möglich dass mit dieser lockt im lzb-modus gefahren werden kann das habe ich schon beim kollegen felix der weise gesehen allerdings ist dort natürlich laut fahrplan nur ein güterzüge szenario möglich es sei denn es wird bei dem creators club ein szenario hochgeladen wo man auch personenzüge auf der strecke fahren kann im normalen regulären fahrplan modus ist das nicht möglich sondern da kann man nur mit güterzügen fahren auf dieser strecke wie auch auf allen anderen strecken also im normalen regulären fahrplan modus oder auch szenario modus ist ein personenzug mit dieser lock nicht fahrbar sondern nur güterzüge was das ganze ein wenig schade macht finde ich weil ich finde diese lock hat genauso die berechtigung personenzüge zu ziehen wie auch alle anderen lokomotiven sprechen wir halt schon vom güterzug der konnte an also ihr seht auch sehr selten also ich habe es eigentlich noch nie gesehen dass die vectron als ki personenzüge zieht sondern wenn dann immer nur güterzüge weil das halt nicht vorgesehen ist beim spiel es ist von dtg nicht vorgesehen dass diese lokomotive die vectron personenzüge zieht sondern sie wurde als güterzug log entwickelt und dementsprechend entzieht sie auch nur güterzüge es sei denn es gibt creator die halt daraus szenarien bauen wo man auch dieser log personenzüge fahren kann wenn ich ihnen zu schnell so weil es bergab geht und deshalb ist das halt so schade eigentlich aber kann man leider nichts daran händen aber ja trotzdem ist das eine wundervolle lock finde ich die vectron also mir gefällt sie sehr ist einfach zu handhaben die sicherheitssysteme zu sicherheitssicherungssysteme sind einfach eigentlich einfach zuzuschalten wie bei jeder anderen log auch steuerung enter und shift enter also auf dem nummerblock und schon hat man die sicherheitssysteme eingeschaltet man kann sie natürlich auch manuell einschalten wie bei jeder anderen log auch das muss jeder selber entscheiden wie er es macht und die afb ist leicht zu aktivieren ihr habt es gesehen links auf dem display ist ja einmal die geht man einmal in den einstellungen da kann man die pcb art ändern und auch das land ändern in dem man sich befindet ob jetzt deutschland oder österreich wenn man zum beispiel mit der log auf der vorarlberg strecke fährt dann sollte man entsprechend die kommt schon wieder eine vectron ach 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 ok ich nehme alles zurück ich nehme alles zurück jetzt habe ich zum ersten mal gesehen dass eine vectron auch personen zuge zieht als KI gut dann hat sich das auch schon wieder relativiert dann habe ich nichts gesagt in diesem szenario ist dann doch alles möglich aber so im normalen fabler modus ist mir das halt noch nicht aufgefallen aber hier im creator club szenario ist dann sowas doch möglich ok alles klar wir waren hier bei der afb und so weiter also man geht halt hier in die einstellung ich muss jetzt mal kurz gucken hier ne kommt nix gut geht dann halt hier runter mit den file tasten auf die pcb art und ändert dann halt hier mit den zahlen die pcb art und dann geht man wieder zum korsäuschen und wenn man das land ändern will geht man auf die 1 man muss um das land zu ändern zum beispiel auf österreich oder schweiz oder frankreich halt vorher den stromabnehmer senken sonst funktioniert es nicht man muss den stromabnehmer senken das ist mir auch schon klar geworden also wenn ihr zum beispiel jetzt ein szenario mit der vectron auf der strecke vorarlberg startet so dann müsst ihr dementsprechend natürlich die länderkennung ändern mit dem stromabnehmer so dann sind wir eine lcp ah wir werden in der lcp aufgenommen das macht die ganze sache entspannter entschuldigung wie gesagt wenn ihr euch jetzt auf der strecke vorarlberg befindet da müsst ihr dementsprechend natürlich die länderkennung ändern und meistens ist die lok hier schon aufgerüstet zumindest ist soweit dass der stromabnehmer gehoben ist und der hauptschalter eingeschaltet ist wenn ihr dann auf der strecke also in den einstellungen die länderkennung ändern wollt dann müsst ihr vorher den stromabnehmer kurz senken geht dann auf die auf dem linken display auf die 1 unter dem unter der ja hier ist ja die nummer 1 hier und könnt dann entsprechend in dem land in dem ihr euch befindet oh die c1 wunderbar oder ec sogar drückt dann bestätigt das ganze dann und sobald das geschehen ist könnt ihr den stromabnehmer immer wieder heben und ihr befindet euch dann dementsprechend halt mit der länderkennung halt in dem entsprechenden land wo ihr fahrt ihr könnt zum beispiel mit der lok nicht auf den britischen strecken fahren oder amerikanischen strecken weil da halt ja keine länderkennung für da ist wir uns hier am leistwechsel vornehmen sondern da ist ja nur ihr seht ja selber die kennung das ist österreich da seid ihr ja nicht fahren schweiz und frankreich dementsprechend könnt ihr natürlich ihr könnt natürlich mit der lok auf britischen und amerikanischen strecken fahren nur ihr könnt dann halt nicht die ja den strom ja die ihr wisst was ich meine könnt ihr dann nicht ändern da kommt ein 3er ICE wunderschön und beschleunigen wieder auf 100 200 200 wunderschön das heißt wir haben hier noch voll Lampf tack tack 250 werden wir natürlich logischerweise nicht fahren können das bärt jeder Logik bei dieser Lok das zeigt ja nicht bei dem Tacho an aber 200 sollten wir hinkriegen so 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 also wie gesagt wenn ihr die länderkennung ändern wollt müsst ihr vorher den stromabnehmer senken das ganze dann ändern bestätigen und dann könnt ihr den stromabnehmer wieder heben weil mit gehobenen stromabnehmer könnt ihr das nicht ändern Das ist leider so das hab ich auch schon festgestellt Untertitelung des ZDF, 2020 Ich liebe solche langen Fernzüge, ich liebe sie einfach. So, da haben wir unsere 200 gleich erreicht. Das ist das allererste Mal, dass ich mit dieser Vektron oder mit einer Lok 200 Kamera fahre. In diesem Spiel, das ist wirklich traumhaft. Zack, wir fahren 200 Meter Vektron, richtig nice. Mehr ist nicht drin, logischerweise, ihr seht es selber. Weil diese Lok hat auch eine maximale Vormax von 200 kmh, ihr seht es. Von daher fahren wir die absolute zulässige Höchstgeschwindigkeit von 200 kmh. Das ist die Vormax, nicht die zulässige Höchstgeschwindigkeit, sondern wirklich die absolute Vormax, die diese Lok schafft. Wie fahren wir? So, dann sind es gleich noch 26 km bis Köln zur Domstadt. Gleich sehen wir, wenn wir einen fahren. Also alles in allem ist diese Lok relativ bedienerfreundlich. AFB ist sehr einfach zu bestätigen. Das ist ja rechts neben den Einstellungen halt die Taste 9 auf dem Display. Die aktiviert man, beziehungsweise kickt man einmal drauf. Und um die gewählte Geschwindigkeit, die man vorgewählt hat, zu bestätigen, halt ein Druck auf den Hebel. Da steht ja dann auch AFB V soll bestätigen. Da drückt man dann halt einmal drauf und dann bestätigt man die Geschwindigkeit. Tut man das nicht, wird sich an der aktuellen Geschwindigkeit nichts verändern, weil es dann halt einfach nicht bestätigt wurde. Das habe ich beim ersten Mal auch gemerkt. Also es ist zwingend notwendig, dass man da drauf drückt. Sowohl wenn man die Geschwindigkeit erhöhen will, als auch reduzieren will. Gerade beim Reduzieren ist das sehr, sehr wichtig. Nicht, dass man dann irgendwie die Geschwindigkeit an dem AFB V sollsteller zurückdreht und dann denkt, ja jetzt blemst mal. Nee, ohne Bestätigung blemst der nicht. Und das ist dann natürlich an einem PZW überwachten Signal eher ungünstig, wenn man da eben zu schnell ist. Das zieht in der Regel eine Zwangsfreundung nach sich. Das ist natürlich so nötig. Von daher immer bestätigen, das ist ganz, ganz wichtig, damit man dann auch die vorgewählte Geschwindigkeit erreicht, die man da gewählt hat. So, jetzt haben wir es ja schon fast geschafft. 20 Kilometer noch. Mit 200 ist das jetzt auch kein Thema mehr. Ich finde ein sehr, sehr schönes Szenario mit viel, viel KI, mit einer Zugkreuzung, hätte ich fast gesagt, kann man das so nennen, glaube ich schon. Auf jeden Fall mit einem Halter in einem roten Signal, weil man einen anderen Zug vorlassen muss, beziehungsweise vorbeilassen muss. Mit LZB, mit 200 kmh, wirklich ein gelungenes Szenario an dieser Stelle, muss ich wirklich sagen, klasse. Vielen, vielen Dank für dieses Szenario, wer immer das auch gebaut hat, hat mir den Namen es leider nicht gemerkt, aber vielleicht sieht derjenige ja zu, kennt meinen Kanal, schaut das Video. Und an dieser Stelle vielen, vielen Dank für das tolle Szenario, hast dir wirklich was einfallen lassen. Gut ab, gerne weiter zurück, gerne mehr davon. Ich nehme es gerne in Anspruch und präsentiere es dann auch gerne. 360, sagt die LZB. Die LZB ist wirklich eine wunderschöne Empfindung, eine sehr wichtige Erfindung, finde ich auch, weil ab Geschwindigkeiten über 160 kmh. Nehmt man als Triebfahrzeugführer die Geschwindigkeitsveränderung, beziehungsweise ein gelbes oder rotes Signal, nicht mehr so rechtzeitig war, dass es möglich ist, den Zug dementsprechend zu bremsen. Deswegen gibt es der LZB, die natürlich Kilometer voraus schon die Geschwindigkeitsveränderungen registriert und dementsprechend auch anzeigt und den Zug dann dahingehend auch bremst. Und wie gesagt. Das ist eine feine Erfindung. Weil wie gesagt, ab 160 kmh und darüber nimmt man das halt als Triebfahrzeugführer nicht mehr so schnell wahr oder nicht mehr rechtzeitig wahr. Und so dass man den Zug dann auch sicher bremsen kann und dass die LZB schon echt Gold wert wird. So wie alle anderen Zugsicherungssysteme natürlich auch. PZB, SIFA, man stelle sich vor, jetzt nur mal die SIFA. Man stelle sich vor, man hat keine SIFA. Der Betriebsfahrzeugführer hat ein medizinisches Problem, wird bewusstlos. Kann ja alles sein. Will man ja gar nicht in Abrede stellen. Man ist ja, wir sind ja alles nur Menschen. Und so. Und wird dann bewusstlos und der Zug rollt und rollt und rollt. Wahrscheinlich schon mit der vorgewählten Geschwindigkeit. Man wird sich das gar nicht vorstellen, was da passieren kann. Deswegen gibt es ja die SIFA. Sobald man die ja nicht mehr tätig alle 30 Sekunden und loslässt, gibt es ja die sogenannte SIFA-Zwangsbremse. Und der Zug steht. Beziehungsweise mitgebremst, bis er steht. Genau wie mit der PZB, wenn man zum Beispiel über Geschwindigkeitsveränderungen gibt und man quittiert das nicht an den entsprechenden Signalen, gibt es ja auch eine PZB-Zwangsbremse. Gibt es eine PZB-Zwangsbremse? Oder wenn man halt über ein rotes Signal fährt, gibt es ja auch sofort eine Zwangsbremse. Und das sind alles Sachen, die das Reisen, das Zugfallen an sich schon sehr, sehr sicher machen. Zu 100% kann man natürlich nie sicher sein. Das ist wie überall so. Es gibt es beim Fliegen, beim Autofahren und halt auch beim Zugfahren. Eine hunderttausendprozentige Sicherheit kann es nicht geben. Mir wird es nie geben. Es ist leider immer mit einem gewissen Risiko verbunden zu verpreisen. Aber man wird kontinuierlich besser und sicherer. Das ist halt der Punkt. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man aus Dingen lernt, die Erfahrung macht und dann halt entsprechend sicherer wird. Und immer mehr Sicherungen einbaut, die das Reisen dann halt immer sicherer machen und das Risiko dann halt auch minimiert. Aber es ist ja mal 70. Die sind auch gleich schon da. Die sind ja nur noch 4 Kilometer. Sollte man da natürlich langsamer werden. Muss uns hier mal ein bisschen aufpassen. Nicht, dass die LZB gleich zu Ende ist. Da müssen wir natürlich ein bisschen reagieren hier. Aber noch tut sich da nichts. Ihr habt wahrscheinlich alle, das davon gehört, von dem Bahnunfall in Geseke. Das war natürlich besonders tragisch. Beziehungsweise, ja besonders tragisch deshalb, weil ja da auch der Triebfahrzeugführer ums Leben gekommen ist. dass er irgendwie noch versucht hat, mit aller Macht den Zug zu stoppen, indem er hinten auf den Waggon saß und das irgendwie versucht hat. Ja, und der Zug hat dann halt leider, die Fahrt ist zu Ende gewesen und leider Kurve ist dann halt im Gleis. Ja, tragischerweise alles und leider kommen immer wieder viel zu viele Menschen dabei ums Leben. Tragischerweise auch immer die Triebfahrzeugführer dann, die halt ja den Job machen, so heißt es haben wir ein Problem. Zugbeeinflussung, 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 Zugbeeinflussung. Aber ganz abschalten, wieder aufschalten. 60 machen wir das Ganze erstmal, wie ich sagen. So, jetzt muss ich hier irgendwie ein bisschen reagieren. So. Zugbeeinflussung. Äh, ganz, ganz ruhig. Jetzt müssen wir den Kombi abstellen, so. So, jetzt sind wir, glaube ich, erstmal, sicher, 60 fürs Erste. Jetzt ist nämlich die LZB zu Ende gleich. Während wir hier in Köln einfahren. Das war doch gerade was von 40, ne? Äh, vielleicht ist es besser, wir gehen jetzt auch schon mal langsam gleich auf 40 runter. Wir wollen uns jetzt hier gleich die PZB-Strich durch die Rechnung macht. So, wir machen, glaube ich, auch nichts verkehrt. Wir haben hier sowieso keine feste Ankunftszeit. Das ist, was wir jetzt gleich irgendwie eine Überraschung haben hier. So, aber da steht nämlich jetzt, glaube ich, schon LZB-Ende, ne? Genau, da steht es. Signale und Fahrplan beachten, jetzt müssen wir nämlich wieder reagieren, ja? Beziehungsweise auf die Siefer drücken. Und deswegen, äh, ist es ganz wichtig, wenn die LZB zu Ende geht. Einmal bitte bewachsam drücken, damit man das registriert, praktisch. Beziehungsweise, äh, ein System mitteilt. Das ist die LZB nämlich zu Ende. Ach, da war nämlich die, äh, die AFP nicht bestätigt und deswegen hat er gebremst. Und er dachte, wir sind auf null, haben auf null gedrückt. Deswegen hat er gebremst. Das war jetzt meine Schuld. Hätte die AFP auch noch einmal bestätigen müssen. Also eine Zwangsbremsung war das jetzt nicht. Das war einfach nur, weil ich die AFP nicht bestätigt habe. Und das System gedacht hat, wenn man das so auszupfen kann. Äh, ich habe auf null, die AFP auf null gemacht. Das ist natürlich nicht der Fall. So, fahren wir jetzt hier schön in den Kölner Hauptbahnhof ein. Das war irgendwie ein Stromabmimmer, der da irgendwo gehoben wurde. So, würde mich wahrscheinlich quittieren. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Ich muss nur nicht bestückt jetzt gleich unter 24 sein. Wenn jetzt der 500 Hz Magnet noch ankommt, könnte ich mir das sehr gut vorstellen. Die andere liegt nämlich ein Magnet über links. Aber es ist kein 500er, okay. Das wundere mich jetzt etwas. Vielleicht der, der da jetzt rechts kommt oder links ist auch noch einer. Wenn wir jetzt natürlich noch kommen. Zugbeeinflussung. Muss man nämlich auch bitte bewachsam drücken. So, anbrennen dürfte jetzt nichts mehr. Wir sind definitiv unter 24. So, die Leistung schon mal zurück. Dann rollen wir langsam an das Ziel heran. Noch ein einziges Mal, die Sifa. Und dann. Wir müssen doch noch etwas aufschalten. Egal. Dann bleiben wir halt hier stehen. Äh. So, entriegeln die Türen. Dann gehen wir noch draußen. Wir können uns ja ein wenig umschauen. Dort steht noch eine Taurus. Ich möchte jetzt gerne mal wissen, was das für eine Bauweise hier ist. 182. Okay. Alles klar. Dann fährt uns auch nach Köln. Gerade geschafft. Ist hier sonst noch was anstehen. An Rollmaterial. Jetzt gerade ist es ziemlich leer hier am Kölner Hauptbahnhof. Ziemlich ungewöhnlich. Eigentlich ist hier mal ein riesiges Aufkommen. An Fernzügen und so weiter. Aber ja, heute ist es einfach mal ein wenig ruhiger hier. Jetzt auch mal nicht verkehrt. Das war es auf jeden Fall mit unserer Reise im Railjet von Aachen nach Köln. Ich finde ein sehr, sehr schönes, gelungenes Szenario. Wir schließen an dieser Stelle die Türen. Auch wenn da noch welche ausstehen. Jetzt auch. Und dann war es das wahrscheinlich. Da wird noch ein EC reingefahren. Aber wir sind hier fertig. Wenn euch dieses Szenario gefallen hat. Dann lasst ihn doch noch um. Da wenn nicht, macht ihr immer gar nichts. Ich hoffe, ihr seid in einem der nächsten Videos wieder mit am Start. Wenn es wieder heißt, der Danny spielt das. Ich habe bereits ein neues Projekt. Heute oder morgen. Ihr seid gespannt, was da auf euch zukommt. Bis dahin sage ich Tschau, Servus und Tschüss. Hoffe, ihr bleibt gesund und mir treu. Habt noch ein schönes Wochenende. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Danny spielt das. Ciao, Servus und Tschüss. Okay, bye. Bye. Vielen Dank.